Willkommen im Discovery Dock, einer außergewöhnlichen multimedialen Ausstellung über den Hamburger Hafen. Mittels Projektionen, Installationen und Virtual Reality tauchen Besucher ein, in Welten, die ihm sonst verborgen bleiben. Wir haben diese Welten mit Musik und Sounddesign zum Leben erweckt. Dafür entwickelten wir Software und Beschallungskonzepte von Grund auf. Unsere kreative Vision? Ein Sounddesign, das die Besucher leitet und anregt. Sie vollkommen einnimmt, das vertraut klingt und doch immer neu. Wind, Wasser, Schiffshörner, Kräne. Typische Hamburger Klänge bilden die Basis der akustischen Gestaltung. Eingefangen hat sie unser Team rund um das Hafengebiet mit einem eigens entwickelten 3D-Mikrofonaufbau. Im Eingangsbereich werden Besucher von App und Flut begrüßt. Telemanns Wassermusik. Wir haben das Stück arrangiert und neu aufgenommen. Es holt die Besucher vom Elbufer ab und führt sie nach einer Reise durch Industrie und Unterwasserwelt in die Ausstellungsszenerie ein. Akustisches Highlight sind interaktive Klanglandschaften und algorithmische Kompositionen. Sie sind immer neu, verändern sich ständig in Tiefe und Komplexität. Lebendig wird die akustische Szenerie durch das von uns gestaltete 3D-System. Ein Netz aus über 50 Lautsprechern lässt Musik und Geräusche aus allen Richtungen erklingen. Unsere Klanglandschaften bauen sich rund um den sogenannten Center Table auf, das Herz der Ausstellung. An diesem kunstvoll gearbeiteten 3D-Hafenmodell lassen sich die echten Schiffsbewegungen des vergangenen Tages nachvollziehen. Rund um den Center Table gibt es noch mehr zu entdecken. All dies haben wir mit Hingabe und Ohr fürs Detail vertont. Je nach Anwendung binaural oder über Lautsprecher 3D. Generativ oder linear. Damit haben wir ein Design geschaffen, das nicht nur atemberaubend klingt. Es verbindet auch die verschiedenen Reize und Informationsangebote und schafft einen großen Zusammenhang. Wir eröffnen uns für den Ausblick in die Zukunft des Hafens. Das große Finale der Show. Mit Containertragenden Drohnen, ferngesteuertem Schiffsverkehr oder Überschallwaren versand durch landesweite Tunnelsysteme. Zukunft. Wir kommen. Zukunft.